es ist vollbracht wie das jeder zu hause kennt ist irgendwann der zeitpunkt gekommen wo man was tun muss sei es der wand streichen sei es einen neuen fußboden reinlegen ein neues sofa kaufen oder eine neue küche und wir im handel sind ja nun immer die vorreiter sein müssen dass der kunde sieht wenn er das erste mal losgeht und das interesse oder der bedarf einfach da ist was neues sich zuzulegen dass hier alles so ist wie die aktuellsten versionen sind dementsprechend müssen wir natürlich immer schon weit dem voraus sein was normalerweise beim endkunden zu hause steht man kann eigentlich mit funk und recht behaupten dass die aktuellste möbel und küchenausstellung zu sehen ist die sie weit und breit sehen können da sind teilweise schon trends von den nächsten messen mit eingeflossen wir haben uns einfach den das herz gefasst und haben gesagt wir müssen jetzt hier tun und wenn wir es dann machen haben wir gesagt wir machen es dann richtig dass man wirklich linear für die nächsten jahre vielleicht sogar für ein jahrzehnt einfach erstmal aktuell sind zumindest was jetzt den raum oder die einteilung der möbel der möbelräume betrifft die möbel an sich und die muster die werden natürlich fortlaufend aktualisiert das ist ja klar aber die grundlagen sind dafür geschaffen dass die räume so gestaltet sind dass wirklich alles top aktuell ist das bedeutet nicht dass alles neu ist das bedeutet nur dass auch vorhandene farben und materialien anders kombiniert werden also viele farben die in der ausstellung stehen gibt es schon relativ lange also langfristig aber man kombiniert die mit anderen bei der küche zb anderen arbeitsplatten die elektrogeräte haben sich aktualisiert und beim polstermöbeln ist es ja auch so dass ein sofa ein sofa bleibt das ist ja nichts wo man das neues erfinden muss aber der stoff ist anders die funktionen die man vielleicht kriegen kann sind anders die sitzhöhen gibt es mehr möglichkeiten in der auswahl vielleicht ein paar andere maße dass man da einfach gucken kann was betrifft was brennt bei mir wo habe ich jetzt jahrelang darauf verzichtet was ich aber eigentlich immer wollte und da sind wir jetzt auf den punkt angekommen wo man einfach sagt jetzt ist es so aktuell wie es sein kann natürlich ist es so wenn man so einen umbau gemacht hat dann ist die industrie mit dem boot und da gibt es natürlich nicht bloß für den abverkauf für den umbau nachlässe für die bestellzeiten sondern auch für die wiedereröffnung in der wir uns jetzt gerade befinden also es lohnt sich absolut dass man uns besuchen kommt und seine wünsche dann einfach sagt und die service leistung sind ja eigentlich wichtig oder das ist wichtig ein wichtiger fakt bei dem ganzen thema das wissen hoffentlich die meisten ich sage es trotzdem noch mal dass wir liefern wir montieren wir kommen abmessen sie kriegen den stromplan für das was geändert werden soll kann oder muss und wir entsorgen das altmöbel sei es küche sei es wohnmöbel wenn sie wollen auch vorfristig 14 tage drei wochen eher dass sie in leeren räumen renovieren können das ist ja auch ein thema was vielen bei der abwicklung einfach hilft und bieten dazu noch die nur prozent finanzierung an also wir bieten hier unseren endkunden davon bin ich fest überzeugt das beste rund ums cirklus paket für den service part den jetzt was sie weit und breit kriegen können